Die Grundidee von all diesen Ansätzen, ich sag mal in der klassischen deutschen Trainingslehre, ist, dass die Trainingsbelastung in all ihrer Komplexität den Körper aus einem gewissen Fließgleichgewicht bringt und dass diese Auslenkung dann dazu führt, dass der Körper versucht, dieses Fließgleichgewicht wieder herzustellen und dabei sogar noch ein bisschen mehr drauflegt. Also die Idee ist, ich habe eine Belastung und diese Belastung wird nicht nur kompensiert, sondern, und es tut mir fast weh, das zu sagen, wird über- oder sogar superkompensiert. Und da sind wir schon quasi direkt in diesem Prinzip, was ganz viel genutzt wird, wo wir aber gleich auch sehen werden, dass das deutliche Einschränkungen mit sich bringt. Also die Idee war, dass der Körper im Grundzustand, in diesem Gleichgewicht spricht man von der sogenannten Homöostase, das heißt, Milieu ist alles soweit gleich, Fließgleichgewicht, alles super. Jetzt kommt ein überschwelliger Reiz ins Feld, der das System auslenkt, das heißt, ich habe dann eine sogenannte Heterostase, also ein Ungleichgewicht und die Adaptation besteht jetzt darin, diese Heterostase wieder zu einer Homöostase zu machen und dabei diese Homöostase auf einem höheren Niveau zu bringen. Und dieser Zustand wird eben gemeinhin als sogenannte Superkompensation bezeichnet. Und für mich ist das, was die Superkompensation hier ausmachen soll, ja, das wahrscheinlich größte Missverständnis in der Trainingswissenschaft überhaupt. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Ich gehe also wieder in mein Sport-LK-Buch und schaue mir jetzt mal an, wie wird hier denn überhaupt über Superkompensation gesprochen. Und da heißt es folgendermaßen, bei der Superkompensation geht man davon aus, dass Training vor allem durch den Abbau der Energiespeicher, insbesondere dem Glykogen, zur Ermüdung führt. Und danach eine Erholung bzw. eine Wiederauffüllung der Speicher einsetzt, welche letztendlich den Organismus in einen belastbareren Zustand als zuvor führt. Weiterhin, die Konsequenz ist eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Ein linearer Formanstieg ist nach heutigen Erkenntnissen damit jedoch nicht verbunden. So, wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier anschauen, dann gibt es daran einen wahren Kern und es gibt viel, was man definitiv als überholt oder einfach nicht richtig bezeichnen kann. Es ist tatsächlich so, dass es eine Studie gibt aus dem Jahr 1966 von Bergström und Hultmann, die Folgendes gemacht haben. Die waren auf einem Fahrradergometer unterwegs, haben jeweils einbeinig gefahren, also der eine quasi auf der einen Seite mit dem linken Bein, der andere auf der anderen Seite mit dem rechten Bein. Und haben sich jetzt einbeinig mal so richtig die Kante gegeben und sind so lange gefahren, bis quasi die Beine leer waren und bis die Ermüdung eingesetzt hat. 1966 in Nature publiziert, ganz kurz Nature, das ist, wenn man da publiziert, das ist ungefähr so wie ein Heiliger Gral, wie so ein Ritterschlag, Impact-Faktor oberhalb von 40. Also das ist wirklich schon eine bahnbrechende Sache. Was die nämlich gemacht haben ist, die haben diese Belastung gemacht und nach dieser Belastung haben die jetzt richtig viele Kohlenhydrate gegessen. Und was die dann noch gemacht haben ist, die haben nach der Belastung und an den folgenden Tagen ein paar Gewebsproben entnommen. Das heißt, man geht im Grunde mit so einem kleinen Stift in die Beinmuskulatur. Da drin ist so eine kleine Guillotine, muss man sich vorstellen. Das heißt, man geht da rein, dann wird ja dieses Muskelgewebe da in diesen Stift reingedrückt. Dann hat man so ein kleines Hackebeil, so war das zumindest früher, und hat jetzt so eine Muskelgewebsprobe, die man dann analysieren kann, im Bezug auf ihren Glykogen-Gehalt. Also Glykogen ist im Grunde unser Kohlenhydrat-Speicher, das heißt viele Zuckerketten sozusagen aneinandergereiht, die in der Muskulatur vorliegen. Und was man da gesehen hat, ist, dass, wenn man jetzt vergleicht, belastetes Bein, unbelastetes Bein, bei zwei Probanden, die übrigens selber, die waren selber die Probanden in dieser Studie, hat man gesehen, dass eben in dem unbelasteten Bein, auch durch diese Kohlenhydrataufnahme, nicht viel passiert ist. Das heißt, da ist kaum ein höherer Bestand da gewesen, der ist auch nicht runtergegangen oder so, in dem unbelasteten Bein war da eigentlich nichts los. In dem belasteten Bein war es aber so, dass durch diese ermüdende Belastung der Glykogenbestand sehr, sehr niedrig war und in den nächsten Tagen sich verdoppelt oder sogar mehr als verdoppelt hat. Das heißt, man hat gesehen, dass eben diese Auslenkung zu einem niedrigen Glykogenbestand notwendig war, um eben diesen hohen Überschuss zu haben. Und dann nahm im Grunde das alles seinen Lauf, denn nach diesem wahren Kern war die Folge, dass viele hingegangen sind und haben gesagt, ja, das können wir doch auch auf andere Sachen übertragen. Und da findet man dann Abbildungen, die so aussehen wie etwas, was ich jetzt im Bild einblende, aber was vielleicht auch viele gesehen haben, nämlich, dass zum einen erstmal eine Auslenkung erfolgt, nach unten im zeitlichen Verlauf, dann gibt es so einen Umkehrpunkt im Grunde in der Regenerationsphase. Diese Regenerationsphase kommt dann über das Ausgangsniveau heraus, über diesen Punkt. Das heißt, wir haben dann die Phase der Überkompensierung und wenn wir jetzt keinen Trainingsreiz mehr haben würden, dann würde das Ganze wieder auslaufen und wir hätten den normalen Grundzustand, wie er vorher war. Und unter anderem hat Jakovlev das 1967 mal aufgezeichnet und da gibt es sehr, sehr viele Probleme mit. Und das Problem war auch hier, dass aus diesem zeitlichen Verlauf, den man dargestellt hat, der oft nicht näher bezeichnet ist, da gibt es dann keine X- und keine Y-Achsenbeschriftung, wird dann eine Gesetzmäßigkeit abgeleitet. Also das steht im Grunde in meinem Sportekar-Buch auch noch drin, das Gesetz der Superkompensation. Und da hat sich unter anderem mal Henning Wackerhage, ein Professor aus München, also der an der TU München eine Professur hat und bei uns an der Sporthochschule promoviert hat, der hat mal ein Lehrbuch geschrieben, was ich sehr, sehr gut finde, Molecular Exercise Physiology, was es auch mittlerweile in der zweiten Ausgabe gibt. Ich habe es noch in der Originalversion von 2014. Und da wird auch beschrieben, welche Kritik es hierzu gibt. Da würdet ihr auch auf YouTube noch ein Video zu finden. Und das sind im Wesentlichen vier Punkte, die echt problematisch sind, was diese Über- oder Superkompensierung da angeht. Erstens, das, was da dargestellt ist, ist im Wesentlichen ein Zeitverlauf. Und der ist für unterschiedliche Gewebearten sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, bei Glykogen sehen wir, das dauert dann vielleicht ein paar Tage, dann ist das so. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel ATP-Konzentration, geht zum Beispiel sehr schnell, Wasserhaushalt gleicht sich sehr schnell aus. Aber Muskelanpassung oder sogar Sehnenanpassung, das dauert viel, viel länger. Das heißt, man kann sowieso nicht diese eine Linie haben, wo man dann sagt, ich warte jetzt, bis ich am Punkt der Überkompensierung bin. Und der ist immer nach x Tagen oder nach x Stunden. Da setze ich den nächsten Reiz und dann habe ich eine Verbesserung. Und wenn ich den zu früh setze, dann komme ich ins Übertraining. So einfach ist es leider nicht, weil jede Gewebeart hat da unterschiedliche Zeitpunkte. Wenn es aber so ist, Punkt Nummer zwei, dann ist es immer noch kein Beleg für einen Mechanismus. Wenn ich einen zeitlichen Verlauf habe, heißt das ja nicht, dass das auch ursächlich ist. Das heißt nur, dass ich eben diesen zeitlichen Verlauf hätte. Der ist auch nicht für alle gegeben. Und diese Mechanismusvermutung, dass dem Mechanismus zugrunde liegt, das kommt auch gar nicht von Yakovlev und schon gar nicht von den Ursprungsautoren. Sondern das geht wahrscheinlich auf Harre zurück, der 1970 ein Buch geschrieben hat, wo es um Trainingslehre ging. Und da taucht es das erste Mal auf, dass eben davon geschrieben wird, dass das wirklich ursächlich dafür ist. Dritter Kritikpunkt ist hier, dass man daraus ableiten könnte, dass eben für Trainingsanpassungen immer Ruhephasen notwendig sind. Und ja, wir würden ja auf jeden Fall sagen, dass wir grundsätzlich für den Organismus gesehen immer Ruhephasen brauchen. Wir brauchen guten Schlaf, wir brauchen gute Erholung. Wir können jetzt nicht hier durchgängig trainieren. Aber wenn das wirklich ein Gesetz wäre, dann müsste das auch auf alle Organe übertragbar sein. Und das ist es definitiv nicht. Ein Beispiel. Fällt euch ein Muskel ein, der wirklich immer und pausenlos arbeiten muss? Könnt ihr mal kurz überlegen. Ja, an der Stelle, es ist euer Herz. Das heißt, der Herzmuskel, der arbeitet ständig und immer wieder. Und das ist auch gut so. Und der passt sich ja trotzdem an Belastung an, obwohl da immer eine Kontraktion vorliegt. Also das wäre schon ein Gegenbeispiel. Oder das andere ist, es gab mal eine Studie von Henriksson aus dem Jahr 1989. Die haben mal Mäuse dauerstimuliert. Das heißt, die haben wirklich so eine niedrigfrequente, im Grunde wie so Dauer-EMS, auf diese Mäuse übertragen und haben dann geguckt, was sich verändert. Und da, bei diesen Mäusen gab es tatsächlich eine extreme Veränderung Richtung Typ-1-Fasern. Also die Fasern, die eher langsam orientiert ausdauernd sind. Obwohl wir hier überhaupt keine Pause hatten. Also das scheint auch ein Problem zu sein. Ja, und das vierte und letzte, was jetzt hier genannt wird, ist halt eben die Evidenz für Alternativkonzepte, die wir uns im dritten Teil eben genauer anschauen. Unabhängig davon, ganz, ganz wichtig, wenn man solche Belastungen sich anschaut, oder solche Belastungsverläufe, ist immer zu gucken, was ist konkret die Y-Variable. Also ist das Leistungsfähigkeit, ist das Faserquerschnitt oder so, wird oft gar nicht beschrieben und die X-Achse wird auch kaum beschrieben. Ja, das heißt, Henning Wackerhage beschreibt das so, dass dieses Prinzip der Superkompensation durchaus sinnvoll ist, aber das ist zum Beispiel auch die Annahme, dass die Erde eine Scheibe ist, von dem, was wir am Himmel sehen. Erstmal, Gott sei Dank. Wenn man sich das jetzt nochmal genauer anguckt, dann merkt man, hm, das passt mathematisch auch besser, wenn wir davon ausgehen, dass die Erde eine Kugel ist. Und so kann man das im Grunde vergleichen. Also es kann zum Teilweise, also teilweise macht es aus der Praxis Sinn, aber langfristig führt es eben nicht dazu, dass es super nachhaltig ist.